Guten Morgen, es ist 8.45 Uhr, Arne Maier und ich dürfen heute Stadt-Land-Fußball spielen und wir freuen uns schon auf die Ergebnisse. Aber wie? Was denn? Ich freue mich auch. Ach du freust dich auch, aber wie? Ja, aber wie, ich freue mich richtig. Beide noch müde. Also, ich fang an. Jetzt? A. Stopp. E. Stadion ist schwer mit E. Hast du? Ja. Echt? Ob es das noch gibt, weiß ich nicht. Dann bist du eh fertig. Ja. Aber ich weiß nicht, was es gibt. Stopp. Ich war ganz schlecht. Ich war auch nicht super. Kannst du dir bei Fanartikel 20 geben? Essgeschirr. So ein Kinder-Essgeschirr gibt es ja bei Fanartikel. Das sind schon mal 20 Punkte für den Papa. Dann haben wir eine Fußballnation Estland. Habe ich auch. Ja, super. Da haben wir 10. Kleiner als ein Fußball. Habe ich Eis. Theoretisch. Das ist ja ein Eis. Kleiner als ein Fußball. Kleiner. Ich habe Ei. Genau. Dann habe ich noch das Energiestadion und das Cottbus. Das heißt Rheinenergie, glaube ich, oder? Nein, das ist Rheiner. Der Rheiner ist da ganz weit weg. Nein, aber das ist ja… Cottbus. Das ist doch Stadion der Freundschaft. Ja, stimmt. Das ist das Spitzname. Nee. Also, ich habe Estadio Santiago Bernabeu. Okay, machen wir so Spanisch auch. Also, das wusste ich nicht. Also, so heißt das Stadion. So heißt das Stadion oder nicht? Estadio Santiago Bernabeu. In Spanisch heißt die das Stadion. Ja, gut. Ah, stimmt. Ja, ich habe mir da 5… Ah, du hast dir 10 gegeben, dann? Ja, ich dachte mal, wieso nicht? 10,75. Schummeln wir jetzt schon, oder was? Hä? Schummeln wir jetzt schon, oder was? Hä? Ich sehe keinen Fußballgraf. Gut. Ah. Stopp. V. Ja, aber es ist jetzt… Rennertitel ist schwer, ne? Ja, ich habe noch nicht mal ein Stadion. Wie schnell ich in dieser Zeit bin. Ja, okay. Also. Ich bin jetzt wieder bodenlos. Ich habe nicht mal keinen Fanatiker. Venezuela. Äh, Vietnam. Das 10, ne? Kleiner als ein Fußball habe ich nicht. Habe ich eine Vase? Eine kleine Vase. Stadion habe ich keinen, leider. FCA-Spieler? Wagers. Verhack. Ziegen, gell? Ja. Keine Ahnung. Eine Verletzung. Gut fürs Zeitschinden. Auch wenn es weh tut. Ja, weil… Bei dem ist ja alles irgendwas, was mit Fußball, das ist gleich eine Zeitschindung. Ja, also… Ein Einwurf, ein Freistoß, ein Elfmeter, weiß ich was. Hast du noch nie gesehen, dass er eine Verletzung hat? Ja doch, aber nicht immer. Ja, aber… Was hilft dabei? Hilft beim Zeitschinden. 60 für den Baumwürdig. A. Stopp. D. Wie langsamer hast du denn gemacht? Stopp. Schnell, Alter. Also, ein Fanartikel ist ein klassischer Beutel. Habe ich einen Ball? Schön. Sau naheliegend, hätte ich gesagt. Fußballnation, eine der größten. Brunei. Bolivien. Bolivien. Bolivien ist auch schön. Kleiner als ein Fußball ist eine kleine Biene. Weißt du oder was? Stadion ist Bernabeu. Der. Ja. Dann, FCA-Spieler Baumgartlinger. Eierliegend. Der Spender-Bio habe ich jetzt extra weggelassen, weil ich dachte… Ja, so ist Leben. Behandlung ist hilfbar im Zeitschinden. Sind 20 für mich. Ich will nicht mehr gegen den Spielen ohne Witz. Der nimmt das Spiel ja viel zu ernst. Ja, wir haben 9 Uhr. Ja. Ist schon toll. Sag ehrlich, gestern im Bett, wo du gelegen hast, hast dich schon drauf gefreut. Ist schon alles durchgegangen. Ja. Du bist dran. A. Stopp. Q. Aber was? Weiß ich jetzt nicht. Mach doch mal schneller. Okay. A. Stopp. I. Also Fanartikel habe ich jetzt nichts. Ja, aber gib uns doch noch ein bisschen Zeit. Was wäre denn zum Beispiel ein schöner Fanartikel? Der ist doch… Ich komme auch nix mehr. Ich komme auch nix mehr mit I. Am wenigsten ist dir der Iago da reingefahren. Ja, ich bin Aufstellung ein bisschen weggegangen. Also haben wir beide einen Iago, haben wir beide einen kleinen Igel. Hast du auch einen Igel? Und was hast du noch? Also Irland oder was ist das? Island. Island. Ich habe Irland. Ja, okay. Und sonst haben wir leider nix. Gar nix. A. Stopp. G. Meine Herrschweiß. Wie schwer ist das Stadion? Das ist brutal. Und hilft beim Zeitstehen das auch immer. Ne, hab ich schon was. Echt? Du darfst jetzt nicht schauen. Ne, guck ich nicht. Ein bisschen weit hergeholt, aber ist okay. Bei dir sind die Sachen doch nicht weit hergeholt. Eben, eben. Das kann ich mir nicht vorstellen. Eben, eben, eben. Ja, gib uns noch 20 Sekunden ein bisschen. Ich habe nur kein Stadion. Nein, ich habe nicht. Ich bin fertig. Ein FCA-Gürtel. Ja, ich habe den zu Hause natürlich gesehen. Ich brickele morgen mit den FCA-Gürtel. Zwischen den anderen Gürteln, oder? Haben wir den Kreiserschrank schon gesehen. Also, ich habe einen Golf-Bag. FCA-Golf-Bag gibt es natürlich auch. Den habe ich tatsächlich tatsächlich nicht. Gibt es ganz sicher. So, gib ich mir 10. Fußball-Nation. Georgien. Ghana. Kleiner als ein Fußball. Ein Grasheim. Golf. Ja, okay. Golfball habe ich. Ja, nein, das ist richtig. Stadion habe ich keins. Gutes Spielparken, natürlich. Gummi. Gregoritsch. Und was hast du bei einem Zeitschinden? Eine Grätsche. Kannst du auch mal Zeitschinden. Boah, weiß ich jetzt nicht. Ja, aber ein Einwurf. Ah, ich habe ein Gerangel. Ein klassisches Gerangel provozieren. Ja, aber eine Grätsche. Ah, eine Grätsche. Das ist ja kein Zeitschinden in dem Sinne. Für mich ist ein Einwurf dann auch kein Zeitschinden. Beim Zeitschinden. Ja, wenn du die Sturzen hochmachst. Es gab schon voll oft eine gelbe Karte beim Einwürfen. Beim Grätschen. Es gab auch schon voll oft eine gelbe Karte beim Grätschen. Ja. Wenn du dich einfach am Boden hinnigst und grätschst, gab es noch keine gelbe Karte. Ich sage 19 Minuten, da läuft einer, dann haue ich den weg, wenn wir fühlen. Das ist ein Faul, ja. Aber dann schinde ich auch Zeit. Ich lass es dir. Aber warte, wollen wir jetzt mal bei dir gucken, was du überhört hast. Ich habe Gelb provozieren und Gerangel habe ich sogar. Also, da ist einiges dabei. Du kriegst 40 Punkte deswegen. Zehn reichen, Zehn. So, letzte Runde. Aber du musst schon jetzt nicht zehn schreiben, damit es noch wird. Ja, wahrscheinlich. Ich glaube, das würde nicht mehr reichen. A. Stopp. H. Ich habe das doch vorher noch gesagt, Digga. Mhm, stimmt. Meine Güte. Du hast genau dasselbe geschrieben wie ich. Das gibt es doch gar nicht. Warum guckst du denn aber rüber? Einfach so, weil ich mir gedacht habe, warum hast du schon was geschrieben? Ja, es ist praktisch vorbei. Ja, ich bin wieder nicht gut, aber mach. Fanartikel, Hose. Handtuch. Fussballern zu. Hat denn du was? Stimmt, ja. Kleiner als ein Fußball. Ein kleiner Hut. Ja, ich habe es ja auch. Ein kleiner Hut. Stadion? Hast du auch keins? Nein. Spieler? Spieler habe ich auch keins. Ich habe keins. Oh, sogar ehrlich, hätte ich auch wissen müssen. Handspiel? Handgemenge. Handgemenge? Ja, das ist wie mein Gerangel oben. Aber ich gebe mir auf jeden Fall 10. Ja, ich gebe mir auch 10. Ja. Super Runde. 50er Lachs. Tja. Summa summarum. Mach das bei mir. Geschmeidige. Ist nicht schlecht. Ja, nachdem du dich gestern vorbereitet hast. 355 Punkte. Ich habe Tatsache 400. Ja, meine Punkte brauche ich ja nicht ausrechnen. Na gut. 190. Na gut. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir nicht so ganz. Spaß. Nein. Also, in diesem Sinne, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir hatten auch ein bisschen Spaß. Baumilch geht erstmal ein bisschen frühstücken. Hat er sich wirklich verdient. Und in diesem Sinne, schönen Tag. Ja. Schönen Tag. Tschüssi. Tschüssi.